Der Intensivbereich im Uniklinikum Salzburg bietet ein breites Entwicklungsfeld über sämtliche Fachdisziplinen für Frühgeborene bis hin zur Erwachsenenpflege. Für Neueinsteiger bieten wir ein Netzwerk an speziell ausgebildeten Praxisanleiterinnen und Praxisanleitern. Diese werden von ausgewählten Mentorinnen und Mentoren unterstützt, um sie in ihrer Kompetenzentwicklung zu fördern. Die Intensivmedizin ist eine extrem komplexe Form von Medizin, weil ganz viele Berufsgruppen daran beteiligt sind, einem Patienten zu helfen. Wir sind als Mediziner extrem glücklich, dass unsere Pflege so engagiert, so motiviert und so patientenzentriert ist, dass es uns als Ärzten gelingt, eine gute Therapie für den Patienten auszusuchen. Wir sind ein multiprofessionelles Team, in dem das Gemeinsame extrem wichtig ist. Es ist ein gutes und wertschätzendes Miteinander. Darüber hinaus bieten wir ein breites Angebot an Fördermöglichkeiten, um Sie am Weg Ihres persönlichen Karriereziels in der Intensivpflege zu begleiten. Wenn Sie Teil eines interdisziplinären Teams mit spannenden Betätigungsfällen sein möchten, ist die Pflege an einer der Intensivstationen Uniklinikum Salzburg die richtige Wahl für Sie.